Warte mal, du hast einen Smiley auf deinem Bildschirm. Ja, hat er. Hier ist wieder auch so ein Doppelpunkt 3 Katzengesicht. Machst du das? Doppelpunkt, das doch. Warte, 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 warte. Wurde das gerade vorgelesen? Hab ich gerade auch. Hallo. Wurde was, Moment. Oh mein Gott. Das wird vorgelesen. Was, wie, was, wo? Will auch. Kommt doch her. Da oben. Oh mein Gott, man hört das vor uns zu. Was? Seh nun je so. Das ist nicht. Das hat er gesagt. Ich weiß, was echt nicht? Ich hör das doch doch. Okay. Das ist doch komisch einfach. Ich wär soweit. Ich weiß nicht warum aber... Sie sind auf der Weg! Sie sind auf der Weg! Ach stimmt, ja. Im Moment? Nein, es ist noch viel zu früh. Ich bin doch schon respawned. Ich fliebe von Sturm zu Schindel. Ach ja. Läuft gut, ne? Hm. Bist du so ganz ehrlich? Ich hab keinen Lust. Ich auch nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Da kommen den letzten Rest kriegen wir auch noch hin. Irgendwie. Ich wollte ihn von Anfang an nicht mehr spielen. Ich auch nicht. Ich hab nichts zu gesagt gehabt. Ich hab dazu was gesagt. Ja, und ich hab eben zugestimmt. Okay. Du machst natürlich wieder dein selektives Gedächtnis. Im Sinne von Habt ihr nichts von gesagt? Ich hab dir vorgeschlagen die Map zu spielen und ja, das fandet ihr alle toll. Also spielen wir jetzt die Map. Bastard. Na na. Nicht Pasta. So true. Pasta. Ja, trotzdem nicht ausfallen werden, ne? Pasta. Genau. Pasta. 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 Also ich hör das hier. Pasta. 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 Mach mal so. Pasta. 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 Ist das alles durch? whether I need toό sí Jaaja. Hehehe. Pasta. Pasta. K después. Oh Gott! Wider Name ausspricht. Ich fand das mit dem Käsequark jetzt gut. Gpesinn. Weil du Großbruchsternen drin hast. War lachs. Wir erfahren wirklich erst jetzt von dem Pager. Wenn wir das noch nicht verwenden? Okay, das könnte man... 247. 247. Moment, wenn der jetzt halt vollkommen ausspricht... Boah, tut das nicht. Ich hab gedacht, ich könnte das komplett Pi aufsagen lassen. 243. 243. Oh, bei mir geht's. Ja, ich hab eine zu große Zahl. Ja. Stack Overflow oder so. Ja. Die Frage ist ja, wer liest das vor? Das klinge ich nach Microsoft Sam. Du hast mich jetzt selbst entwickelt. Irgendeine andere Texte-Speech eben. Okay, Handarbeit diesmal. Weil wir nicht genug Türme haben. Ach, komm. Handarbeit bringt nichts. Ich mach einfach echt keinen Schaden. Habe ich bei dem einen Spucker gesehen, ne? Ich schieße rein. Der regeneriert fast genauso viel Leben, bis ich das nächste Mal reinschieße. Ich schieße. Danke. Hier kommen alle da hinten raus, ne? Ja. Wir sind bei euch hier redet die Türme ab. Schmerzen! Kim. Schmerzen! Schmerzen! So! Und die lass jetzt da oben raus. So. Gute Wegführer. Ne, das macht keinen Sinn Eigentlich ja schon so ein halbes bisschen Aber den Weg könnten wir danach echt so lassen Meinst du? Ne, ist recht ineffektiv Warum ist der ineffektiv? Wir müssen die dann bloß, also die von oben kommen, nach ganz oben verlocken Und dann laufen die hier lang und dann wieder hier rum Gut stimmt, das könnte man auch machen Das ist hier recht Ressourcen, dann müssen wir noch 2-3 Runden laden Hm, ja das stimmt schon Aber dann könnten wir das machen, weil dann würden wir die Türme nicht verschwenden Was ziemlich wichtig ist Apropos Türme, äh Kanonenturm Wer hat den? Ficke Mach mal Wohin? Ähm Hm Schau Wahrscheinlich schon noch in Amp Radius machen Ja das sowieso, ich würde mich mal hier oder eher daneben Also andere Seite Eher da, dann machen wir hier ein AoE hin Einfach ein Mech Birgers gibt Dahin, wo du jetzt bist Ja Ein Mech was? Mech Birgers Oh Okay, 6x6 Die Reite da oben groß leuchtet An der Hauswand Ist das keiner außer mir? Egal Ist das keiner außer mir? Egal Ich seh da nichts Von hier aus gesehen dürfte das wahrscheinlich direkt hinter dem blauen Glasdach sein Ich seh hier Gate 3 Ach da ist Mech Birgers Ja, okay Ein Brighter Globo Wir haben auch hier so ein totals Monopol Ich bin so weit Moment So Was wollen wir die alle hier durchlaufen lassen? Röööööön Nett finde ich aber wirklich Dass man nicht hört irgendwie Autsch Oder sowas Sondern einfach wirklich Ganz Schlicht und ergreifend Suffering Damage Ja Suffering Damage Suffering Damage Suffering Damage Noch weniger Schaden Das ist geil hier Habe ich das so oder kann hier ein Bitsturm her Ich weiß nicht Weil sie jemand wirklich nur zur Unterstützung gedacht ist Ja und um Sweets durch hier gegen zu schleppen Nähähähähähäh Was ich hier irgendwie komisch finden warum Charlotte am Rücken irgendwie Einen Rucksack mit so Flaschen drin gebunden hat Ich meine ich habe hier auch so einen komischen Gürtel Beutel Den habe ich auch C4 am Gürtel 4 Viertel das da spielen ok 4 Viertel das da spielen ok Ich habe nichts davon Du hast alle integriert I'm ready Jajaja Töne mal der Winger Ich konnte ja eigentlich raus ok Ich liebe es, hier in den Rücken zu schießen, anstatt zu treffen. Ja. Ich muss damit kurz klarkommen werden. Weil Simon kann sich das nicht abschuldigen. Das ist halt sehr süßvoll, wenn ich hier mit der Sniper stehe. Ja, wie darf ich denn? Ich habe, also ich springe dann immer. Ich ziele dann schon vorher nach unten und springe dann immer und schieße dann erst. I'm up. Are you alright over there? Au. Okay. Ach komm Leute. Was denn? Alle sterben müssen. Ja, weil wir dich nur protecten müssen, weil du dich weigerst zum Phönix zu werfen. Okay. Ich brauche nicht protectet werden. Ich meine, siehst du nicht alleine stehen. Okay. Ja, okay. Aber sterben müssen. Weidel Held. Yay. Kommt die Uhr raus. Wenn ich weiß, dass ich immer noch keinen Bock hab. Ich genau so ähnlich. Hintergründe, ich hast du es mal durchblicken lassen. Ja. Stimm ich selber auf den Kern und mal auf den Kern runter. Ja. Wollen wir noch vielleicht so'n Ziel-Laser da neben dem Amp? Ziel-Laser. Fokus. Geht perfekt aus. Okay. Geht perfekt aus. Okay. Okay. Also, so gesehen eigentlich von links. Ja. I'm done. Let's go. Ähm. Ich mach mal Spucker. Muss er mir halt noch verlüsen. Ach, ich weiß nicht, ob wir protectet werden. Spucker sind überhaupt kein Problem. ZEITF und der Kaliumbilir fliegt. Ich weiß nicht, ob wir das nicht so viel mehr machen können. Die kleinen müssen kommen zum Kern. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh nein. Bây�c. Wie. Wir sehen uns. Hier sind wir, wie. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh, leck! Ganz viel, leck! Huch! Das war ein Bomber. Tor? Ja. Ja, die Bomber. Das darf ich ja so schließen. Okay, vielleicht tue ich mir für Bomber Phoenix rein. Weil die sind echt nervig. Oder für Creeper. Wieso Creeper jetzt auf einmal? Keine Ahnung, ist so passend. Ah, ach so. Selbstmord Akteure. Weil gegen die ganzen kleinen Viecher bin ich ja komplett nutzlos. Ich auch. Kommen 50 Stück von jetzt gleich, ne? Hm. Leider. Wir brauchen jetzt AOI. Naja. Ach komm. Das ist nicht wieder voll im Weg. Hat irgendwer den... ...die Amp abgebaut? So. Weil hier doch ne Amp stand. Da steht auch ne Amp. Ach so, alles weiter. Ja. Ja, hab nichts gesagt. Direkt neben dir. Hinter mir. Ist es immer noch neben dir. So. So, AOI. Ich geh mal hier hin, wo ich jetzt stehe, weil ich mein, hier werden die beiden Kampfleifer vorbeilaufen. Bei denen bin ich am besten, am besten aufgehoben. Keine Ahnung, wohin ich soll. Wir kommen jetzt nur aus... Ne, wir kommen doch aus der Fallen. Ich geh zu den Kriegern. Da drüben. Ja gut, dann mach ich... ...oder versuche ich mal, mich um die hier zu kümmern. Ich hab noch zwei Vasen. Ich hab noch zwei Vasen. Ich hab noch zwei Vasen. Du bist doch der Einzige, der sich um die kleinen Viecher zu tanken. Um die nochmal viel schnelleren, schnellen, schnellen Viecher. Mhm. Übrigens bin ich mir sehr sicher, dass wir das nicht schaffen werden. Darf ich bemerken, dass unser Kern 1200 Leben hat? Darfst du bemerken, dass du es nicht bemerkt hast? Ja. Okay, ready. Naja. War schön. Ach, die Grieber schon noch klein. Huch. Komm, dreh dich um. Wo läufst du lang scheiße hier? Okay. Ja, das könnte kritisch werden. Okay. Ich habe dich gebrochen, nicht mehr. Ja. Ich habe dich für einen Geist. Nein. Ja. 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 2 oder 5 und 20 Leads Achtung, Anfläufer Ja, Ende Ich schaff's mal keine Fall mehr Aber es war knapp, mach was, mach's schlafen Ich find's schön wie egal, auch wenn er traurig ist, er einfach immer noch ähm Das Smiley-Face hat, ne? Haha, schön Jetzt reicht's aber, oder? Ja, doch Tja, muss aber schauen, was wir jetzt machen Ob wir jetzt auf-screen hier auch nochmal weitermachen und leveln Vorerst hören wir auf Ja, das ist klar Aber den Rest denken wir nach, wenn's so weit ist Gut Kann man's auch sehen Jo, dann Tschüsschen Ja Tja Tja